Geht direkt los. Manchmal, wenn ich eine große Anstrengung mache, kann ich mich an ihren Geruch erinnern. Die Süßigkeit ihrer Lüge. Serena. Manchmal, wenn ich eine große Anstrengung mache, kann ich mich an ihren Geruch erinnern. Ihren süßen Duft. Serena. Und damit herzlich willkommen bei Tom Bombardier's Let's Play Serena, um sonst auf Steam zu spielen. Ein kleines gruseliges Adventure. Los geht's. Ihr Foto ist direkt da. Vielleicht könnte ich einen weiteren Look, einen weiteren Blick drauf werfen. Machen wir mal. Serena. Warum kann ich dich nicht mehr klarer sehen? Warum kann ich dich nicht mehr klarer sehen? Warum kann ich mich noch nicht mal erinnern? Das wurde auf dem krispigen Winternacht in unserem Mutual-Friends-Hunting-Lodge. Wir kamen zurück in den Türen, lachen, glücklich als Teenager. Dieses Foto war im Winter, ähm, in der Jagdhütte deines Freundes gemacht worden. Wir kamen in die Tür rein, haben gelacht. Es war wirklich wie eine Enchanted-Zeit. Wir hatten wirklich Spaß und... Wir hatten wirklich Spaß und... Wir haben nicht viele Fotos von uns als Paar, also ist dieses wirklich sehr, sehr wichtig. Derjenige, der das Foto gemacht hat, äh, unser Gastgeber an diesem Abend, äh, hat eine wirkliche Filmkamera benutzt. Okay, weiter geht's. Mein Lieber. Hm, schauen wir mal, was sonst so. Du hast immer zu viel Salz in, dear. Denke an deine Druck. Hm, benutzt immer zu viel Salz, Liebling. Denke an deinen Druck, äh, um Herzen, oder was? Hm. Ja, das, äh, ganze Inventar, also die ganzen Möbel, kamen mit der Kabine, waren in der Kabine drin. Ähm. Okay, gehen wir mal in Richtung Ofen. Quid. Ich kann's immer noch nicht verstehen, äh, eben, selbst die, die Kleinigkeiten ihres Gesichtes fühlen sich weit weg an. Bin ich hier, wo bin ich hier, ah, hier bin ich. Wir hatten so eine wunderschöne Zeit, in der, als wir in dieser Kabine aßen. Serena liebte es mit dem, äh, also rum zu experimentieren, immer irgendwas Neues zu kochen. Irgendwo hier, in unserem, in unserem, in unserem privaten Rückzugsort, muss irgendetwas sein, das mich an sie erinnert. Okay. Ich vermisse sie so sehr, wie ist es möglich, dass ich mich, nicht an ihr Gesicht erinnern kann. Jo. So viel Happiness, also so viel Freude in diesem Buchregal. Mein Leben wär so viel ärmer ohne dieses. Der Geruch von alten Büchern ist ansteckend. Was passiert zu Holz, wenn es älter wird? Äh, ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wenn es nicht alles direkt... Er liebte es, wenn sie sich zusammen unter die Decke verkrochen haben, ein Buch gelesen haben, während draußen der Wind in kalten Winternächten geheult hat. Okay. Eine alte Decke. So viele Nachmittage hat er in diesem, äh, hat er in, in diesem Sessel verbracht. Ah, sieht aber schon mal nicht so gemütlich aus. Ich sollte mehr rumgucken, äh, ich, äh, ich muss mich an ihr Gesicht erinnern. Wieso kann ich jetzt nicht das Bild anklicken, anstatt der da mal irgendwas zu sagt? Manchmal reibte sie ihre Beine gegen meine unter dem Tisch, wenn wir mal gegessen haben. Ein, ähm, ein, ähm, ein sinnlicher Thrill. Ah, gehen wir mal da lang. Dieses Fenster hat nie viel aufmerksam gekriegt, äh, außerdem ist die, die Aussicht nicht wirklich spektakulär. Tja, vielleicht in ihrem Kleiderschrank oder irgendwas, das sie, das sie mochte. Der Stuhl wackelt, aber irgendwie hat er es nie geschafft, mal was daran zu, was daran zu machen. Oh, eine riesige Kiste. Was haben wir denn da? Irgendwas zieht mich zu dieser Kiste. Ist es, äh, sind es die Erinnerungen, die da drin eingeschlossen sind, oder ist es irgendwas anderes? Na ja, Papier und so wurde da drin aufbewahrt, ähm, aber, ähm, er kann es nicht ändern, er denkt, da ist nichts Wichtiges drin. Es ist zu schmerzlich, er will aber nicht jetzt was in die Kiste aufmachen. Ich denke, er will halt was rauskriegen. Mach doch mal die Kiste dann auf. Meine Fresse. Zack. Ha, ja. Ah, da. Wie ist es möglich, dass ich nicht an ihr Gesicht erinnern kann? Da ist eine Strand von blonden Haaren in der Kiste. Ihr Spiegel, er hat ihn auch benutzt, wenn er sich rasiert hat. Gut. Ja, ja, Serenas Lieblingsparfum. Da ich noch schlechter französisch als englisch kann, keine Ahnung. Kommune, wie das. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ja, sein Blutdruck, ähm, wird durch diese Tabletten unter Kontrolle gehalten. Denn der Doktor und Serena sind natürlich happy, dass er das macht. Außerdem soll er ja auch nicht zu viel Salz benutzen. Das ist ja auch nicht gut für seinen Blutdruck. Ja, okay. So, so, what else do we have got here? Ja, mehr rumgucken, äh, muss ich unbedingt an ihr Gesicht erinnern. Tauern wir den hier. Schlüssel. Ah, die Schlüssel sind für die Hütte und fürs Auto. Wenn die Schlüssel hier sind, hat sie ihre vergessen hier gelassen? Irgendwie sowas. Ich habe immer gesagt, Serena, dass sie kein Parfum benutzen braucht. Sie hat Serena immer gesagt, dass sie kein Parfum benutzen braucht. Und ihre Präsenz ist genug Magie. Da braucht man kein Parfum. So, another window. What do we have here? It's a beautiful day, though there's an unnatural calm surrounding the area. Ein schöner Tag, oh, da ist eine unnatürliche Sache, die diese, die sie dieses Gebiet umgibt. The clock is a trophy from our flea market adventures. Chalk this particular purchase up to, every cabin needs one. Naja, die Uhr haben die halt vom Flohmarkt, äh, weil, ähm, jede Kabine braucht eine. Unlike its sibling, this lamp would last for months. Ja, diese Lampe wird für Monate halten. What is hier drin? Hm, okay. Hm, naja, wieso hat der dies da drin, wenn er so eine hübsche Frau hat? Also, es hat sie nicht, äh, es war egal, dass er sowas hatte. Anscheinend, ähm, hat sie sie auch gefallen da dran. Hm, das sieht interessant aus, wir können es immer versuchen. Ich lege es für die Artikel, natürlich. Klar. Wie das von, ähm, dem Mann. Das von, ähm, dem... ...Thing. Er hat sowas für die Art, wegen den Artikeln gelesen, natürlich, ähm, so wie dieser eine, über diesen, einen Typen, was so viel heißen sollte, er weiß selber gar nicht mehr, worüber der Artikel war und, mit anderen Worten, schwarzen her, hat sich natürlich die nackten Chicks angeguckt. Na gut, sondern, äh, ganz cool von... ...und, äh, ganz cool von... ...und, äh, ganz cool von... ...und, äh, ganz cool von... ... oder, was sie liebte. Gut. ...und, äh, ganz cool von... Sie hat diesen Bettvorleger mit ihren eigenen Händen gemacht. Sie war, sie war sehr gut. Gut, ähm... Gehen wir mal auf die andere Seite vom Bett, obwohl da oben ist, hab ich mir auch noch nicht hier angeguckt. Komm mal, meine Liebe, mit Frieden in unserem Herzen. ...sagten, ähm... ...sagten, jammen... ...von den... Es ist so lange her, dass er ihren Namen laut gesagt hat. Ich denke, das war der Moment, wo er sich in sie verliebt hat. Also, wenn sie... ...als sie ihren Namen, als sie seinen Namen... ...sagte. Oder ihre Stimme halt, äh, Entschuldigung. Ich bin so glücklich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Serena. Okay, jetzt gucken wir mal, ob ich das hier noch irgendwie auf die Reihe kriege. Ride with me, also... Fahr mit mir, ähm... ...sheet your mortal... ...mortal guys, äh... ...also hier ist unser Moment. Mein Herz rast. Ich kann nicht helfen, aber zu fühlen, dass es etwas ist, was ich tun muss. Sein Herz rast, äh... ...und er hat das Gefühl, er muss irgendwas tun. Ja, hier ist nur irgendein schönes Gedicht und... ...ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, weil zwischendurch werde ich immer unterbrochen von diesem... ...wur ist sie? Oh, warum ist aber staubig? Oh, meine Fresse. Ist ja fast unheimlich da oben. Eine Million Spinnenweben. So, gucken wir mal. Wie ein großer Armoire für unsere vermutlich spartanischen Nehmen. Sie benutzt die meisten davon. Sie hat das meiste davon gebraucht. Wir haben alle unsere Skeletten im Schrank, aber nicht Serena. Sie war perfekt. Jetzt weiß ich nicht, ob das denen ihre sprachliche Umgangsweise ist, zu sagen... ...wir sagen ja, jeder hat seine Leichen im Keller. Bei denen heißt es vielleicht... ...bei den Engländern oder Amis, äh... Wir haben alle unsere... ...unsere Leichen im... ...im Schrank. Jetzt sagt er, äh... ...wenn ich mich nun reinhören, dann könnte was passiert ist. Macht doch mal auf. Vielleicht später. Es gibt nichts von Interesse in der Klosette. Ah, toll. Gucken wir mal hier rein. Auch nichts. Wenn da eh nichts drin ist, wieso muss ich denn jetzt da reingucken? Tja, ist wirklich nichts drin, ne? Ah, Serena, Serena, ich vermisse dich auch schon. Sie hat ihre ganzen Zeitschriften da drin, den normalen Kram, da drin aufbewahrt, wenn... ...wenn die ihre Nächte in der Hütte verbracht haben. Schauen wir mal. Eine Röse. Sie hat alle Sachen verehrt, in der Natur. Er kann sich an ihre langen Spaziergänge... Er würde alles geben, um wieder in ihre Augen zu schauen. Um sich wieder so zu fühlen. Sie war religiös, eher nicht. Aber er kann sich nicht daran erinnern, dass es jemals ein Problem gewesen wäre zwischen denen. Gut. So. So, ein Traumfänger. Ab und so hat sie Witze gemacht, dass sie... Sie müssten so weit im Wald draußen sein, weil... ...hier Sex auch so weit draußen und abgefahren ist oder so. Wo ist sie? Ja, ja, wo ist sie? Weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen... ...weiß ich nicht... ...was ich jetzt noch hier machen sollte? Ich gehe mal zur Tür. Da war ich ja noch gar nicht. Nix, oder wat? ...wahre Freunde... ...stehen für immer zusammen. Nein, ich will nicht jetzt gehen. Hier ist noch etwas für mich. Äh, er will noch nicht gehen. Hier ist immer noch irgendwas für ihn drin. In der Hütte. Ja gut, aber was? Okay, vielleicht nochmal. Den haben sie auch oft von einem Flohmarkt, so wie die Uhr. In ihren frühen Jahren haben sie gerne... haben sie gerne solche Sachen gemacht, nämlich auf Flohmärkte gehen, als sie noch frisch zusammen waren. Groß genug für eine Lebenszeit von Momenten. Wir haben Schäden, also haben wir nie einen gehabt, selbst hier draußen. Aber das wäre ein gutes Ort, einen zu behalten, da sie geholfen kann. Da sie Pistolen und so und Knarren gehasst haben, haben sie niemals eine gehabt. Das wäre eh eine blöde Idee gewesen, sie hier reinzutun, wenn man das Ding abschließen kann. Okay. Wir haben diesen Trunk gefunden, der für eine Lebenszeit genug war, aber wir haben Schäden geholfen, also haben wir nie einen gehabt. Ich würde jetzt den Schlüssel finden, oder? Aber das wäre ein guter Ort, einen zu behalten, da sie sich locken kann. Ach nee, das wäre ein guter Ort gewesen, um die Pistolen aufzuheben, weil man kann das Ding abschließen. Ich glaube, es ist mit jeder Menge Dreck vom Kochen befleckt, das Fenster. Ach, ja, ja. Was haben wir denn hier noch? Ich habe doch schon alles hier abgecheckt. Die meisten Bücher sind von ihm, aber ihre sind auch noch da. Raritäten und Special Editions hier. Ich habe doch nicht meinen neuen Necronomicon verliehen, oder? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Ja, ich habe natürlich keinen Bock, dass das hier gleich so wird, wie bei Tanz der Teufel, Necronomicon. Das ist nicht nett. Gerichte mit rotem Wein zu teilen, war eine der großen Freunden, die sie hier in dieser Hütte teilten. Ich habe doch nicht. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nicht alles, was sie gekocht hat, war super gut. Und sie haben sich darauf geeinigt, nie wieder Ravioli zu machen. Ja, schön, schön, schön. Ja, hier in der Hütte anscheinend nicht. Das war ihr Lieblingsspot. Sie war hier sitzend, sie legt auf die Tafel, sie schiebt zurück und mir nur einen von ihren Schmerzen. Diese effervescenten, incandescenten Lächeln. Wenn ich nur noch was passiert könnte. Komm mal ein bisschen weiter in dem Spiel. Damit es nicht so langweilig ist, ne? Da muss auch irgendwo ein Schlüssel sein oder irgendwas. Irgendwas muss man... Wo ist sie? Ja. Ich hätte besser bleiben, in case Serena kommt zurück. Ja, klar. Trotzdem muss hier doch irgendwas passieren. Ich kann ja jetzt nicht stundenlang auf die warten. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock da drauf. Stundenlang auf die Olle zu warten. Er hat immer diese Nachmittagsschatten geliebt an diesem Ort. Ja, das Ticken fühlt sich nach einer Zeit heimelig an. Auch wenn die erste Nacht ein Albtraum war. Tic-tac. Ja, Wasser und Glas standen hier drauf. Aber jetzt sind sie weg. Okay, Staub und ein kleiner Glasfleck. Mann. Die Möbel kamen halt mit der Kabine, also waren in der Kabine drin. Aber die Bettsachen, die Bettdecke und so, haben sie sich selber mitgebracht. Man braucht ein bisschen Luxi... Luxus. Äh, ein bisschen Luxus in so einer Hütte. Aber ohne sie ist das natürlich auch schade. Guck mal, was ich gemacht habe, Liebling. Guck mal, was ich gemacht habe, Liebling. Für den Fall, dass wir uns unter den Teppich wischen müssen. Siehst du den Pattern von gelbigen Stadern? It's from this rug I remembered from my nursery. I must have been like three or four, but it always stuck with me. Ja, auf jeden Fall die gelben, die gelben Stellen da von dem, von dem Teppich hat sie gemacht, weil, 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 weil sie an, an Teppich in, im Schwesternheim endet. Also, sie war wohl eine Krankenschwester oder ist eine, oder? Naja, Zeit hat keinen interessiert, wenn sie sich hier aufgehalten haben, solange sie glücklich waren. Naja, auf jeden Fall ist er nicht wirklich, geht die Uhr nie wirklich richtig, egal, wie oft man sie aufdreht. Sie geht nicht wirklich richtig. Ich weiß nicht, ob sie ihre Schlüssel mitgenommen hat. We also have a key for the outhouse, but can't be bothered to keep it anywhere other than under that rock next to the thing. No one comes here anyway. Sie haben noch einen Schlüssel fürs outhouse, draußenhaus. Der liegt unter einem Stein in der Nähe davon. We did have a night prowler once, who left a mark inside the outhouse, but we rarely lock it anyway. Wie heißt ein night prowler? Ich hatte mal irgendwas da drüben und der da anscheinend reingekommen ist, obwohl sie es immer abgeschlossen haben. Night prowler? Ich guck mal. Ich guck mal schnell, was prowler heißt, weil ich doof bin und ich weiß, was das heißt. Kannst du nur noch um Stunden handeln? Ja, einen Herumtreiber hatten sie mal im outhouse, also in der anderen Hütte. Ich gebe nichts, um zu sehen, 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 um zu sehen. Gut. Er glaubt, er ist nicht so der Fan von Medizin und er glaubt auf lange Sicht auch nicht, dass irgendwie die Medizin ihn da wirklich irgendwas Gutes machen kann. Vergiss deine Pillen, Hon. Ich weiß, du würdest lieber nicht tun, aber es ist zum Besten. Beta-Blocker. Ich habe hohe Blutpressure. Beta-Blocker. Gegen hohen Blutdruck. Er muss sie nur vorm Essen nehmen. Nicht ein großer Fan davon. Sie sind aber auch mein Kopfschmerzen. Er ist kein großer Fan davon. Er glaubt, dass sie nicht wirklich gut sind bei seinen Kopfschmerzen und dass seine Kopfschmerzen manchmal davon kommen. Ja. Blondes Haar wie Sonnenstrahlen. Ich erinnere mich. Das ist schon mal gut. Ich habe was. Erinnert sich an irgendwas? Was ist mit meiner Erinnerung? Hatte ich einen Schlag? Also ein Anfall? Ein... Na, wie heißt es nochmal, ne? Ähm... Weiter geht's. Wir brauchen noch mehr Informationen. Wer es auch immer gebaut hat, hat nicht danach daran gedacht, Wall-to-Wall-Mirrors einzurichten. Also kommt das hier sehr nützlich, dieser Spiegel. Sie hatte auch eine Bürste, aber ich kann es nicht irgendwo sehen. Auch einige ihrer anderen persönlichen Getränkungen. Sie hatte auch eine Bürste, aber er kann sie nicht finden, genau wie ihre anderen persönlichen Gegenstände. Das ist nur ein regularer Kohn, das von einem Supermarkt. Neu genug, um alle Zähne noch zu haben. Ganz normaler Kamm vom Supermarkt. Neu genug, um alle Zähne noch zu haben. Hm. Hm. She also had a brush. Okay. I can't see it anywhere. So wie's aussieht. So wie's aussieht. It smells so elegant. There's violet leaf and silk tree blossom, I think. This perfume is perfect for Serena. Why didn't I ever notice? Das ist ein sehr elegantes Puffer. Es ist perfekt für Serena. Warum ist es ihm nie aufgefallen? Oh, da hab ich ja noch gar nicht reingeguckt. Da hab ich ja noch gar nicht reingeguckt. Das ist anscheinend sein Kram. Oh, das war's. Oh, das war's. So. Let me try, even if clumsily. The hours I spent with you when we last met are precious to me. I was so lost such a short time ago. Everything seemed drained of color and feeling. I think we were meant to find each other, to bring meaning to our lives again, make sense of the confusion shrouding both of us. When we stepped into the crystal silence of the snowy woods, away from the chatter of the guests, all nature seemed expectant, as if holding its breath, witnessing a rare moment of something infinitely better than what life in the ordinary run of things has to offer. Do you remember how the light crust of the snow glittered in the reflected light of the country house? How the copse of trees in which we walked was haloed with a magical aura? I felt the chill of the night air and you opened your coat and unfolded me in your arms and we hugged tight, sharing the warmth. Sharing the only thing any of us have to share on this earth when you think about it. or rather, the other way. I'm sure of the quiet day. Well, I think it was a chance of finding each other, to have all works and then Um gegenseitig Sinn ins Leben zu bringen. Auf the fall, I found it always was a really cool. da draußen. Ich kann sich daran erinnern, wo sie draußen standen und er hat seinen Mantel geöffnet und sie in seinen Mantel mit reingenommen und gewärmt. Das Einzige, was auf dieser Erde wichtig ist, nämlich Gemeinsamkeit. Und dann hast du uns auf die Schnee, du devil. Wir lachen und rollen, meine Hände bereits spinningen von der Wein und krisst, pure night air und der stillenste all-around. Wir lay back, und I guess, wenn ich was, was ich was sehen, die Luminous Starscape, wie ein Vast-Velvet-Cloth, sprinkled mit Powdered-Sugar, wie es nur in den Countryside kann. Ich hatte Tears in meine Augen, wenn ich zu dir und west, und es war die einzige Moment in all of time, or outside time, and ours was the only spark that could ignite the universe. You gave me these moments. You complete me in ways I never knew to dream of. Let me be the one who makes sense of the confusion, whenever you feel lost again. We can make our own world against the rest of the world, if need be. Together we can silence all the demons, heal all the wounds. I love you. In eternity yours, Serena. Ja, gut, also ich stand ja draußen, er hat sie in den Arm genommen, äh, unter seinen Mantel, und dann hat er sich mit ihr auf den Boden geworfen, und sie haben sich rumgewälzt, und sie war ja eh schon ein kleines bisschen angetrunken vom, vom Wein, ähm, ja, und dann lagen sie da und haben sich den, den Himmel angeguckt und es war halt so schön und sie hatte Tränen in den Augen und sie haben sich geküsst und es fühlte sich an wie der einzigste Moment in der Zeit. Und, ähm, ja, und ihre Zweisamkeit war das, war der einzigste Funke, dass er das Universum entzünden konnte, ähm, er gab ihr diese Momente, äh, ähm, und das waren halt Sachen, wo sie halt niemals hätte geträumt, hätte von träumen können, so schön war das, also wenn sie irgendwas für ihn tun kann, dann soll es sie wissen lassen. Äh, sie liebt ihn für immer, Serena. Na gut. Wenn ich nur erinnern könnte, was passiert. Nee. Das war ja jetzt auch schon mal ein bisschen mehr an Infos, ne? Mann, Mann. Ich hoffe, kann er sich schon mal an die blonden Haare erinnern, das ist ja schon mal gut. Ich will da in die Truhe gucken, aber ich glaube, mir fehlt ein Schlüssel, oder was? Ich bin ein... Casualer. Ich glaube nicht, Serena würde mich überprüfen, einen größeren Messer von den Kleidern hier zu machen. Ach, Leute, ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Aus irgendeinem Grund haben, ähm, Glühbirne nie lange in dieser Lampe gehalten, er hat niemals nachgesehen, wieso. Sie hat immer ihr Lesematerial mitgebracht, genau wie er. Warum sind diese Nachttische so leer? Sie hat immer gedacht, ihre Beziehung wäre ein Segen. Merkwürdigerweise haben sie niemals Pflanzen mit in die Kabine gebracht, aber sie waren auch umgeben von so vielen Pflanzen draußen, wahrscheinlich waren sie übersättigt davon. Vielleicht hätte er sie welche reinbringen lassen sollen. Sie hat sie wirklich gern gehabt. Eine Pflanze ist eine Pflanze, schön für die einen, ähm, langweilig für die anderen. Ah, er war über ihren Glauben relativ, äh, verwundert, weil sie ja auch nicht prüde beim Sex war. Er will jetzt nicht lesen, vor allen Dingen keine Bibel. Man sagt, diese Dinger sind lebendig, also Blumen, wenn sie es sind, muss es eine grausame Existenz sein. In ihrer Ruhe und... Hast sie nicht gesehen. Ja, langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Es ist immer so blöd, wenn man eh nur in so einer kleinen Hütte ist. Und da gibt's nicht viel zu tun und zu machen und... Jetzt guck doch da rein, brech das Ding auf. Wir haben diesen Trunk in einem Fliehmarkt gefunden, groß genug für ein Leben. Aber wir lieben Schäden. Wir haben diesen Trunk in einem Fliehmarkt gefunden. Wir haben diesen Trunk in einem Fliehmarkt gefunden. Wir lieben diese Trunk in unseren ersten Jahren. Äh! Wir haben nicht viele Fotos von uns selbst als ein Paar, also dieser ist ziemlich wichtig. Jetzt kann er sich aber zumindest anscheinend an ihr Gesicht erinnern, ne? Weil ich ja, vielleicht weil ich die blonden Haarsträhnen gefunden hab. Der Mann, der das hier schnappte. Der Mann, der das heute Nacht schnappte. Mein Liebe. Wir haben nicht viele Fotos von uns selbst als... Der Mann, der das schnappte. Mein Liebe. Okay. Irgendwas ist passiert. Es geht voran. Wie lange ist es her, wundert er sich. Er kann es nicht sagen. Und er vermisst sie sooo sehr. Na gut. Also ich würde mal sagen erstmal bis hier hin. Ist ja so ein bisschen zieht sich. Und ist natürlich toll, wenn der Host, der dieses Video macht, ähm... Dass es nicht gerade der Killer englische Performer ist oder das... ...manche Sachen untergehen von den Texten. Aber ich denke, der Grund... ...kommt drüber von dem... ...was hier so passiert. Und was erzählt wird durch Aussagen. Und deswegen, ähm... ...mach ich einfach weiter. Und... Ich denke, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bei Serena Teil 2. Macht's bis dahin gut und tschüss.